Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Er wurde dreimal geimpft und zeigt bisher keine Symptome. Seine Vertretung in der heutigen Landtagssitzung wird unter anderem Landesrat Christopher Drexler von der ÖVP übernehmen. Ein routinemäßiger PCR-Test fiel bei Schützenhöfer am Dienstag in der Früh positiv aus. In der aktuellen Stunde des Landtags am Vormittag zur Ukraine-Krise und deren Auswirkungen auf die Steiermark wird Drexler zusammen mit SPÖ-Landesrätin Doris Kampus den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Bei der geplanten Befragung Schützenhöfers zu Debatten über NATO-Beitritt, Neutralität und Erhöhung des Heeresbudgets auf 1% des BIP, gestellt von Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek von der FPÖ, wird ein anderes Regierungsmitglied einspringen. Das teilte das Büro des Landeshauptmanns mit.